Die Fahrschule Georg Scholz in Sulzbach-Rosenberg vermittelt jedem Schüler höchste Fahrkompetenz. Hier erhalten Sie eine professionelle Ausbildung in den Klassen A, B und BE. Dafür steht Ihnen ein moderner Fahrzeugpark zur Verfügung, der hauptsächlich bekannte Automarken wie zum Beispiel Audi und VW umfasst. Neben verschiedenen Fahrzeugen mit Gangschaltung können Sie solche mit Automatikgetriebe ebenfalls nutzen. Natürlich finden auch die Motorrad-Trainings auf Zweirädern namhafter Hersteller statt. Bei Bedarf werden darüber hinaus spezielle Fahrsicherheits- und Überholtrainings durchgeführt. Außerdem gibt es regelmäßig Werkstatttermine und technische Kurse, welche das Unternehmen auch in seinen drei Filialen anbietet. Egal an welchem Standort Sie einen der Kurse besuchen, in der Fahrschule Georg Scholz merkt man sofort die Freude des Teams am Beruf. Hier sind Sie in den besten Händen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017